Das Einzige, was ich an diesem Abend wollte, ist Spaß haben, Party machen und einfach abschalten. Am Ende des Tages war einer tot. Mein Name ist Tanju, ich bin 36 Jahre alt und möchte euch heute gerne meine Geschichte erzählen. Es ist eigentlich ein stinknormaler Tag. Ich gehe zur Arbeit, mache Pause, unterhalte mich mit einem Kollegen. Er sagt zu mir, Tanju, wollen wir heute Abend feiern gehen? Ich habe zu ihm gesagt, Bruder, wenn du Bock hast, warum nicht? Es ist Wochenende, ganze Woche hart gearbeitet, ihr kennt das. Und dann will man einfach nur abschalten. Es war an einem Freitag. Ich gehe von der Arbeit nach Hause, ziehe mich um, gehe duschen. Lege mich ein bisschen hin, gucke ein bisschen Netflix, YouTube. Das Übliche, was man halt so macht, wenn man Feierabend hat. Es ist 15, 16 Uhr. Ich rufe meinen Kollegen an, ich sage zu ihm, Bruder, wo bist du hin und her? Ich bin da und da. Ich so, wollen wir heute feiern gehen? Er sagt, ja heute. Er so, tamam, gleich kommt noch Familie, wir wollen noch ein bisschen grillen. Ich melde mich später bei dir. Auf jeden Fall, Leute, ich ziehe mich an, ich mache mich nochmal fertig, mache die Haare schön, ziehe mir was an, ziehe mein Hemd an. Mein Onkel und so wollen kommen, wir wollen draußen auf der Terrasse grillen. Familie kommt, ich bin Grillmeister, ich drehe die Würstchen, drehe das Fleisch. Alle sind am Machen und am Tun, meine Mutter deckt den Tisch. Richtig schöner, sonniger Tag. Auf jeden Fall, Fleisch ist fertig, Nudelsalat ist fertig, Kartoffelsalat ist fertig, Cola, Fanta, Sprite, dies, das, alles da. So einen schönen Topf, voll mit Eiswürfeln. Einfach, ihr kennt das. Wir sitzen als Familie alle am Tisch, wir sind am Essen. Mein Onkel sagt, und was gibt es bei dir Neues, Tanju? Ich sage zu ihm, Onkel, ganz ehrlich, ich gehe zur Arbeit, ich komme nach Hause, ich mache eigentlich gar nichts. Ich bin auch so vom Typ her, sehr, sehr ruhiger Mensch, gehe eigentlich nur arbeiten nach Hause, treffe mich am Wochenende ab und zu so mit Kollegen, wir gehen in die Shisha-Bar, rauchen die Shisha, plaudern ein bisschen, ein bisschen Körner essen, halt solche Dinge, nichts Großartiges. Auf jeden Fall, mein Kollege ruft mich dann an nochmal, abends gegen 20, 21 Uhr, er sagt, Bruder, was los, kommst du jetzt, kommst du nicht? Ich habe gesagt, Bruder, heute, weiß ich nicht, Familie war da, hin und her, mein Onkel sitzt immer noch da, wir wollen gleich einen Chai trinken. Er hat mich überredet. Ich gehe zu meinem Onkel, zu meinem Vater und so, ich sage, wenn es okay ist für euch, würde ich heute gerne ein bisschen rausgehen mit Kollegen von mir, die sagen, ja, geh, geh, alles gut. Ich hätte mir gewünscht, dass die gesagt hätten, geh nicht, weil dieser Tag hat mein Leben verändert. Auf jeden Fall, mein Bruder holt mich ab, steigen ein, wir fahren zur Disco. Auf jeden Fall, wir kommen bei der Disco an. Der Türsteher direkt macht Stress, ich stand ein bisschen weiter hinten, ich war am telefonieren, ich sehe aber, dass er gerade mit meinen Kollegen Stress macht, ich kenne ihn, er heißt Markus. Ich gehe hin, ich sage, Markus, was ist los, Bruder? Er sagt, ach so, du bist, ist der mit dir hier? Ich habe gesagt, ja, er ist mit mir hier. Er sagt, ja, okay, Bruder, dann komm, geh rein. Aber bitte, mach keinen Scheiß. Ich sage, Bruder, du kennst mich, ich bin ein sehr ruhiger, wir machen keinen Scheiß. Auf jeden Fall, wir treffen da noch drei, vier andere Kollegen. Wir sind am chillen, wir trinken, wir feiern, wir tanzen hin und her. Und ich bin so ein Mensch, ich kann kein Whisky trinken, geht nicht. Wenn ich dran rieche, ich bin direkt besoffen, nur vom Riechen. Ich sage zu den Jungs, wenn ihr jetzt an die Bar geht und Flaschen oder so holt, denkt bitte an mich, holt mir eine Wodkaflasche. Ja, 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 machen wir. Ich sitze da, über Lichter, laute Musik, Frauen ohne Ende, Bomben, Abendbombenstimmung. Auf einmal mein Kollege kommt, ich sehe nur noch so drei, vier Whiskyflaschen in der Hand. Ich sage, Bruder, wo ist die Wodka? Er sagt, ach, scheiße, Bruder, vergessen, egal, trink Whisky einfach. Jack Daniels war das, glaube ich. Ich so, Bruder, ich kann nicht. Ich verliere die Kontrolle, ich kann das nicht trinken. Hin und her, die haben das einfach überhört, die sind am Trinken, die sind voll am Machen. Alle richtig gut drauf und ich sitze da so, so am Tisch und mir ist voll langweilig. Ich komme einfach nicht irgendwie in Stimmung, weil ich will ja auch trinken. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, warum bist du nicht einfach zur Bar gegangen und hast dir was geholt, aber nicht mal dazu hatte ich irgendwie Bock in dem Moment. Ihr seht nur noch die ganzen Flaschen und da habe ich mir gedacht, weißt du was, gib dir einfach ein Glas, würg das runter. Hauptsache, du bist ein bisschen lockerer drauf. Auf jeden Fall, ich gebe mir ein Glas. Ein Cousin von mir steht auch da. Er hat so ein Cocktail oder so in der Hand. Er sagt, probier mal, ich probiere, der schmeckt richtig lecker. Ich trinke den komplett auf. Er sagt, Bruder, da war auch Alkohol drin. Ich habe gesagt, Bruder, der war so lecker. Auf jeden Fall, wir sind am Feiern hin und her. Und eine typische Situation. Einer von uns macht ein Mädchen an. Dieses Mädchen ist mit ihrem Freund da. Ihr Freund, auch Kanake, so wie wir. Was soll das hin und her, dies, das? Mein Kollege gibt ihnen eine. Er gibt ihnen auch eine. Auf einmal sehe ich, ein paar Leute kommen von da hinten. Ich habe die gesehen. Ich sage, Jungs, da hinten kommen welche. Hört auf mit der Scheiße, was weiß ich. Ich wollte das irgendwie schlichten, aber es war zu spät. Security kommt, schmeißt uns alle raus. Ich versuche das draußen vor der Tür zu schlichten. Der schubst den, der beleidigt den, der macht dies, der macht das. Der beleidigt von ihnen die Mutter, der andere dreht richtig durch. Auf einmal sehe ich nur noch so vom Winkel eine Faust genau hier hin. Ich kam nicht mehr klar auf meine Welt. Was habe ich jetzt gemacht? Auf einmal kommen zwei Leute auf mich. Auf einmal Massenschlägerei. Alle schlagen sich. Ich hole irgendwie aus. Ich gebe eine. Den Typen meine ich gebe ihnen eine. Er fällt um. Ich kämpfe mit den anderen. Der kämpft mit denen. Der kämpft mit denen. Hin und her. Ich kriege den Ausraster meines Lebens. Ich bin so unter Adrenalin. Und dann Filmriss. Filmriss. Ich schwöre es euch. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Keine Ahnung. Das nächste an das, was ich mich erinnere, dass ich in einem Polizeiauto sitze. Meine Hände hinten. Handschellen natürlich. Krankenwagen. Blaulicht. Und ich denke so. Fuck Alter. Was ist passiert? Ich kann mich an nichts erinnern. Ich schwöre es euch. Ab dem Moment, wo ich angefangen habe zu kämpfen. Die ersten paar Fäuste. Und danach war weg. Und dann kommt der Polizist zu mir und sagt zu mir. Du solltest jetzt echt Hoffnung beten, dass der Junge das überlebt. Ich so. Welcher Junge was überlebt? Ich sage. Ja. Da ist einer, der schwebt gerade in Lebensgefahr. Auf jeden Fall, Leute. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wohin mit meinen Gedanken. Ich bin auf Polizeistation. Also wir sind natürlich alle verhaftet. Und nach ein paar Stunden kommt genau derselbe Beamte, selbe Polizist und sagt. Ja, du hast jetzt ein dickes Problem, mein Junge. Er ist tot. Ich so. Digga, Junge, wer ist tot? Was redest du da für eine Scheiße? Er ist tot, der Junge. Den du geschlagen hast. Das war der Typ, der mir eine gegeben hat und ich ihn eine gegeben habe. Ich habe ihn irgendwie falsch getroffen. Ich weiß nicht, wo ich ihn getroffen habe. Und wie gesagt, Filmriss meines Lebens. Ich kann mich daran nicht erinnern, der Typ war tot. Ein paar schwer verletzt von denen, ein paar schwer verletzt von uns. Aber ich war der Gearschte. Ich habe ihn mit einer Scheiß-Faust und dann fingen Filme an. Komme ich hier raus? Komme ich hier nicht raus? Warum bin ich feiern gegangen? Warum habe ich dies gemacht? Warum habe ich das gemacht? Oh nein, Alter. Was denkt mein Vater gerade? Was denkt meine Mutter gerade? Was ist gerade zu Hause los? War die Polizei bei uns zu Hause? Diese ganzen Filme sind gerade in meinem Kopf. Diese ganzen Filme sind gerade in meinem Kopf. Warum bin ich an diesem Scheiß-Tag rausgegangen? Der Tag war so Bombe. Es war ein richtiger Familientag. Jetzt sitze ich in einer Zelle und habe ein Menschenleben auf dem Gewissen. Aus welchem Grund? Ich habe natürlich andere Leute dafür gesucht, die dafür verantwortlich sind. Zum Beispiel meinen Kollegen. Warum machst du dieses Mädchen an? Wenn der Typ dir eine gibt, dann zu Recht. Warum schlägst du zurück? Wir sind alle temperamentvoll hin und her, dies, das. Aber jetzt ist einer tot. Auf jeden Fall, mein Anwalt boxt mich irgendwie raus. Mein Anwalt boxt mich irgendwie raus. Ich bin zu Hause, mein Vater kommt, der sagt, was ist passiert? Hin und her, dies, das. Ich habe gesagt, ich schwöre dir, Vater. So, so, so und so und so. Mehr kann ich dir nicht sagen. Er sagt, ja, vielleicht warst du das ja nicht, derjenige, der ihm diese Faust gegeben hat, dass er gestorben ist. Ich habe gesagt, doch. Es gibt leider Überwachungskameras bei der Disco und das ist genau der Typ, ich siehst das auf Kamera, ich habe ihm ein Ding gegeben. Er lag da und ist auch nicht mehr wieder aufgestanden. Das ist der Typ, den ich geboxt habe. Und das Ding ist, ich weiß auch gar nicht, ob ich so hart zugeschlagen habe, dass er gestorben ist. Ich kann es mir bis heute nicht erklären. Auf jeden Fall. Die Zeit, nachdem ich aus der Untersuchungshaft rausgekommen bin, war die schlimmste in meinem ganzen Leben. Ich habe meinen Job gekündigt, ich konnte nicht mehr schlafen. Du hast mir angesehen, ich habe Depressionen. Ich habe richtig krasse Depressionen. Dann hatte ich ja noch mit anderen Dingen zu kämpfen. Das waren ja auch, wie gesagt, Ausländer. Und vielleicht wollen die sogar Rache nehmen. Wie gesagt, ich bin nicht dieser gewalttätige Mensch. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Endlich komme ich in den Knast. Meine Familie hat jetzt Feinde. Ich muss jetzt Angst haben, dass jemand stirbt. Einfach nur noch Filme. Und das Allerheftigste ist, das Allerheftigste ist, die Jungs, die mit mir waren, alle weg. Kein Kontakt mehr, nichts. Einfach mir ihre Schulter gezeigt. Nichts, nichts. Kommt damit klar und wir haben damit nichts zu tun. Wir haben auch unsere Strafe gekriegt. Für Körperverletzungen, was weiß ich. Aber mit deiner Sache wollen wir nichts zu tun haben. Das hat mich auch nochmal richtig runtergezogen. Auf jeden Fall, es kam dann zur Gerichtsverhandlung. Ich bin so nervös. Mein Anwalt wollte gerade mit mir sprechen. Und ihr müsst euch das genauso wie hier vorstellen. Vor mir war ein Mikrofon. Und mein Anwalt hat draufgedrückt und hat dann immer halt gesprochen und hat den Richter dabei angeguckt. Er wollte gerade was sagen. Ich habe gesagt, ich möchte reden. Bitte. Richter, darf ich reden? Er sagt, ja bitte. Ich drücke diesen Knopf. Ich habe gesagt, ich möchte das alles gar nicht. Ich wollte diesen Menschen nicht umbringen. Ich habe es nicht gewollt. Ich war nur da, um zu feiern. Und die haben mich angegriffen. Das sieht man doch auch in den Kameras. Das muss ihr Anwalt hier übernehmen. Ich habe gesagt, das hat nichts mit Anwalt zu tun. Ich möchte mich erstmal entschuldigen bei der Familie. Ich habe damit nichts zu tun. Natürlich habe ich was damit zu tun, aber es war nicht meine Absicht. Ich wurde als Erster angegriffen. Ich habe mich nur gewehrt. Und ich habe ihn anscheinend falsch getroffen. Und es tut mir von ganzem Herzen leid. Wirklich. Es tut mir wirklich leid. Ich habe das nicht gewollt. Hin und her, hin und her, hin und her. Die Gerichtsverhandlung hat sich echt gezogen. Sage ich euch ehrlich. Monatelang sogar. Am Ende. Freispruch. Ich wurde nicht verurteilt, weil man auf den Kameras gesehen hat, dass ich als erstes geschlagen wurde. Und das von zwei Leuten. Von zwei Leuten. Und ich mich wirklich nur gewehrt habe. Das sieht man ja auch. So, und das war mir auf jeden Fall eine Lehre für mein ganzes Leben. Dass ich, ich soll jetzt nicht so rüberkommen, als wäre ich ein Weichei oder sonstiges, aber Stress vermeiden ist A und O. Ehrlich, dieser Mensch ist einfach tot. Wegen was? Aus welchem Grund? Auf jeden Fall, was ich euch auch mit dieser Geschichte sagen will, ist, wie ihr am Anfang schon gehört habt, es war wirklich ein Bomben Tag. Ich war mit meiner Familie, keine Probleme, wir waren am Grillen. Es war alles gut, es war alles perfekt. Wir haben uns amüsiert. Dann kommen ein paar Freunde, angebliche Freunde und überreden mich quasi am Ende feiern zu gehen mit denen. Was ja auch absolut okay ist. Es war auch absolut okay. Aber, was ich euch einfach sagen möchte, ist mit dieser Geschichte, wenn Stress zu vermeiden ist, dann vermeide diesen Stress. Wirklich, ich spreche aus Erfahrung. Wenn wir den einfach aus dem Weg gegangen wären, hätte ich keine Angst haben müssen, in den Knast zu kommen. Dieser Junge wäre nicht gestorben. Der war gerade mal 22 Jahre alt. Auch, wie die sich verhalten haben, war auch nicht korrekt. Mit mehreren Leuten auf einen rauf gehen. Diese Situation haben einige von euch wahrscheinlich auch schon gehabt. Es ist nichts Cooles. Ihr beweist nicht, dass ihr damit ein Mann seid oder Sonstiges. Wenn du wirklich ein stabiler Mann sein willst, dann sei ein Mann, über den man gut spricht und nicht. Da hat jemanden zusammengeschlagen mit vier anderen Leuten auf einen. Das ist kein Mann. Ein Mann ist, der für seine Familie da ist, der sich um seine Familie kümmert, der für seine Familie sorgen kann, und wenn die Leute gut über ihn sprechen und nicht, weil sie Angst vor ihm haben oder Sonstiges. Wie gesagt, dieser Junge hätte nicht sterben müssen. Möge seine Seele in Frieden ruhen. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und folg uns auf jeden Fall auf Instagram. Ich küsse eure Herzen und bis nächste Woche Sonntag. Bis zum nächsten Mal.